Ich möchte Sie natürlich auch erstmal ganz herzlich begrüßen hier in Düsseldorf. Wie Sie gleich hören an meiner Aussprache, stamm ich aus Bayern, bin dort klassisch in einer öffentlichen Apotheke tätig, aber mache auch noch viele Referententätigkeiten für viele verschiedene Organisationen, auch der Kammern und freue mich hier einfach heute, glaube ich, noch immer ganz aktuell wichtiges Thema gemeinsam mit Ihnen zu besprechen. Die Pille danach ist jetzt ungefähr sechs Monate frei, erhältlich in der Apotheke und wenn ich mich so zurückerinnere, die ersten Vorträge, die ich über dieses Thema gehalten habe, da war doch noch selbst auf meiner Seite viel Verunsicherung am Anfang. Es waren viele Ängste, wie gehe ich mit diesem Thema um, mit dieser Verantwortung, die ich bekomme und nach diesem Rückblick, nach diesen sechs Monaten freue ich mich doch, im Nachhinein sagen zu können, es hat sich in Anführungszeichen doch alles zum Guten bewendet. Ich glaube auch bei Ihnen, die jetzt diese Rückblicken, diese Erfahrung haben, können dies bestätigen, hoffe ich, weil dieses, ja, viele Themen, die uns nicht klar waren in der Zwischenzeit, glaube ich, doch Antworten gefunden haben. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder noch, auch jetzt kürzlich aus der Süddeutschen mit der Headline, Pille danach, eine Spalttablette, so ein bisschen provokant mitgegeben an uns, das Thema, ja, wie sieht es denn aus, wie hat sich denn der Markt entwickelt? Und das ist ja auch ganz spannend, wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen. Ich habe leider keinen Laserpointer für Sie dabei, aber die Verordnungszahlen, die so als Grundlage da waren, hatten ungefähr so 40.000 Packungen pro Monat. In der Zwischenzeit haben wir doch deutlich mehr. Das heißt, die Akzeptanz dieses Abgabemediums, diese Änderung ist beim Patienten angekommen. Es wurde aber hier auch gleich wieder ein bisschen uns quergeschossen, möchte ich jetzt mal so sagen, dass hier keine vielleicht optimale Beratung stattfindet. Und das wollen wir uns gemeinsam nochmal anschauen, dieses Thema, wollen wir uns mal annehmen, ist es wirklich so? Ich hoffe, im Anschluss werden Sie sagen, ja, das ist unser tägliches Brot, damit gehen wir um, weil im Schnitt haben wir so 1.300, 1.400 Packungen, die jeden Tag in öffentlichen Apotheken abgegeben werden. Das heißt, es ist kein Thema, das uns jeden Tag trifft, aber vielleicht für Sie, bei meinem letzten Dienst, an einem Sonntagsdienst waren es bei mir zehn Packungen, um die es ging. Also es kann auch mal gehorcht vorkommen, vielleicht war bei uns in der Region das Wochenende etwas lebhafter, aber an sich sonst ist es ein Thema, was bei den Frauen ankommt. Ja, wenn man so eine Beratung beginnt, wissen Sie ja in der Zwischenzeit sehr gut, müssen entsprechende Fragen gestellt werden, man muss sich ein Bild machen, was ist denn passiert? Und am Anfang ist auch immer wieder ein großes Thema, was auch die Frauenärzte etwas kritisch bei uns betrachtet haben, war, wird die Pille zu häufig abgegeben? Das heißt, werden die Indikationsstellungen, wird die von unserer Seite richtig durchgeführt? Ich habe sie Ihnen mal hier kurz so ein bisschen zusammengefasst, wichtige Punkte, die Sie beachten sollen. Das ist natürlich einerseits der zurückliegende Zeitpunkt, wann war denn der Geschlechtsverkehr der Ungeschützte? Und Sie sehen hier, wir haben ja zwei verschiedene Wirkstoffe bei uns auf dem Markt und rein formal haben wir bis zu fünf Tage nach dem Geschlechtsverkehr Zeit. Aus meiner Erfahrung heraus, das kann ich Ihnen auch so, glaube ich, relativ einfach mitgeben, sind die Frauen relativ früh in der Apotheke. Im Normalfall von der Betrachtungsweise wirklich in diesem Zeitfenster, das ist auch ganz wichtig, dass Sie das ein bisschen im Hinterkopf behalten, später die 24 Stunden. Also das ist wirklich meine Erfahrung, wenn dieses Problem auftritt, kümmern sich die Frauen sehr gut darum. Thema Nummer eins auch in dem Fall ist natürlich, es ist etwas schiefgegangen und Sie sehen auch hier, was ist häufig das Thema? Natürlich das Kondom. Das ist immer wieder überraschend für mich gewesen, auch so ein bisschen, wie man sich damit beschäftigt hat mit dem Thema, wie sicher ist denn ein Kondom? Wir sind da auch mal den Zahlen nachgegangen, bei einer richtig sauberen Anwendung eines Kondoms ist der Perl-Index bei zwei. Das heißt, eigentlich noch relativ sicher, aber die Realität sieht ganz anders aus. Wir haben hier entsprechende Fälle, das heißt der Perl-Index geht bis zu 15 hoch bei einer nicht korrekten Anwendung. Das sieht man auch bei den Gesprächen mit den Patientinnen, mit den Kunden, dass es häufig eben hier wirklich zu Problemen gekommen ist. Die zweite wichtige Säule, die wir da auch immer mitbekommen, ist die empfundene Fehlanwendung der klassischen Verhütung des Kontrazeptivums. Und das wird auch Sie immer wieder wahrscheinlich die Frage, war ja auch vorher schon so, ich habe die Pille vergessen, ist das ein Problem? Da kann man schon einen ganzen Vortrag allein über dieses Thema verbringen. Ich sage jetzt einfach mal, machen Sie es wirklich ganz pragmatisch, wenn Sie nicht täglich in diesem Thema drin sind, nehmen Sie sich den Beipackzettel der betroffenen Pille, Sie haben da auch die ab der Datenbank zur Verfügung und schauen Sie nach, in jedem Beipackzettel steht entsprechend drin, ab wann? Im Normalfall sind es bei der klassischen Pille zwölf Stunden, Zeitverschiebungen sind kein Problem, dann kann man entsprechend auch hier auf eine Einnahme verzichten. Ein drittes, nicht so häufiges Thema, auch dass es immer wieder vorkommt, ist natürlich Wechselwirkung mit anderen, hier ganz dominant führend, ich habe eine Antibiose, muss über längere Zeit ein Antibiotikum nehmen, wie sieht es denn hier mit dem Schutz aus? Auch da kann es natürlich zu Problemen kommen, das wissen Sie ja auch, das ist in jeder Interaktionsmodul vor, wenn Sie über längere Zeit entsprechend eine Antibiose machen, es kann zu Durchfällen kommen, auch hier besteht die Möglichkeit, dass die Pille nicht wirkt und damit auch, dass es zu einem ungeschützten Geschlechtsverkehr kommen kann. Um die Wirkweise, und das ist ein ganz wichtiges Thema, das sehe ich auch bei den Gesprächen mit den Mädchen immer wieder, wie funktioniert es jetzt eigentlich mit dieser Pille danach. Dass es die Pille danach gibt, das wissen die meisten Frauen sehr gut, aber was sich damit eigentlich, was da so funktioniert, ist relativ selten bekannt. Für Sie bloß ganz kurz nochmal zusammengefasst ist, was macht diese Pille danach? Das heißt, die gefährliche Zeit sozusagen ist ja die Tage um den Eisprung herum. Und diese Pille danach sorgt dafür einfach, dass der Zeitpunkt des Eisprunges in die Zukunft geschoben wird. Man spricht ungefähr von fünf Tagen. Und was erreichen wir dadurch? Wir bringen sozusagen die beiden Partner, Eizelle und Spermien, zeitlich auseinander. Das heißt, die Spermien, die zum Zeitpunkt des ungeschützten Verkehrs sozusagen in den Körper eingeführt worden sind, werden von der Eizelle getrennt. Die können nicht zusammentreffen. Das ist der ganze Witz dahinter. Und wenn Sie das auch mal verstanden haben, dann können Sie auch viele Fragen diesbezüglich beantworten, die die Frauen an Sie herantragen. Wir werden später darauf nochmal kommen. Diese Verschiebung des Eisprunges, und das werde ich heute vielleicht noch öfters erwähnen für Sie, führt dazu, dass es bei der Einnahme zu einem ganz wichtigen Punkt kommen muss. Sie muss so schnell wie möglich stattfinden. Ich erlebe es auch immer wieder, gerade bei anderen Vorträgen, dass man natürlich im Beipackzettel liest, und dort sieht man, die wirken bis zu 120 Stunden. Ah, gut, heute ist Freitagabend, dann gehe ich am Montag in die Apotheke und hole sie mir. Aber mit dem Wissen der Wirkung führt es natürlich ganz einfach, und das können Sie mir sofort beantworten, dazu, was passiert, wenn ich mir diesen Zeitraum gebe, zu sagen, ich warte bis zur Einnahme am Montag, was passiert, ich reduziere natürlich meine Wirksamkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden aufeinandertreffen. Es kann nämlich in diesen drei Tagen natürlich zu einem Eisprung kommen. Ganz, ganz wichtig, und wir empfehlen zum Teil auch einfach, direkt in der Apotheke die Pille einzunehmen. Auch, ganz klar, ist immer wieder die Frage, wie sieht es jetzt aus, ist sie immer wirksam? Und das ist auch, was ich immer wieder erlebe in den Gesprächen, die Mädels gehen wirklich davon aus, ich nehme die Pille danach und ich habe zu 100% einen Schutz. Also, ich werde zu 100% nicht schwanger. Nochmal daran zu denken, wie wirkt sie? Was sagen Sie dazu? Ist das so? Nein, natürlich nicht. Wenn ich diesen Punkt des Eisprunges verpasst habe, das heißt, der Eisprung hat natürlich schon stattgefunden, dann kann sie nicht mehr wirken. Also, es ist nur eine Reduktion der Wahrscheinlichkeit, nicht auf Null herunter. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie so ein bisschen dies im Kopf haben, das wird dann auch später in der Beratung nochmal mit aufgenommen sein, dass Sie das den Frauen bitte auch so mitgeben. Ich weiß, Sie werden öfters mal dann in Enttäusch die Gesichter schauen, aber es ist leider so. Wo ist jetzt, wir haben ja zwei Wirkstoffe, auch das muss man nochmal erwähnen. Wo ist der Unterschied? Ist natürlich auch, wir haben das Levonorgestrel und das Ulipristalacetat und da ist auch ganz wichtig, wie lange können sie wirken? Also, es ist nicht nur die Wirkdauer von einmal den 72 Stunden, den 120 Stunden, sondern es ist auch der Unterschied, bis wann sie wirken können. Und zwar, wir haben ein Enzym des LH, Entschuldigung, einen Hormon des LH, das den Eisprung sozusagen auslöst. Ungefähr 24, 36 Stunden, bevor der tatsächliche Eisprung stattfindet, steigt der Spiegel an. Und hier ist es ganz wichtig, einfach zu wissen, dass Ulipristalacetat noch im aufsteigenden LH-Spiegel, also kurz vor dem Eisprung wirkt. Das heißt, das werden wir dann auch in den Zahlen sehen, es ist wirksamer, die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist nochmal deutlich niedriger. Auch diese Frage sollten Sie generell stellen. Das ist einfach eine ganz einfache Frage, die wir später dann auch sehen werden, abzuhandeln. Das sind wichtige Grunderkrankungen, die man klären sollte. Sind diese vorhanden? Wenn dies ist, sollte man entsprechend, Sie sehen hier auch schön aufgeführt, welche Wirkstoffe kontraindiziert sind und welche einsetzbar sind. Wenn Sie hier Kontraindikationen sehen, ist es ein typischer Verweis zum Arzt. Und da ist auch für Sie wichtig, hat der Arzt weitere Möglichkeiten, hier entsprechend eine Schwangerschaft zu verhindern, ja, wir haben hier noch als dritte Option sozusagen die Kupferspirale, die vom Arzt eingesetzt werden kann. Also wir haben hier nochmal eine Möglichkeit später. Ja, also versuchen Sie sich so die Erkrankungen, es ist ja nicht so schwer, gerade die Lebererkrankungen, Asthma sind entsprechende ganz wichtige Erkrankungen, die man da einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Aber, und das ist die zweite Teil der Frage, wenn wir fragen, haben Sie Grunderkrankungen, nehmen Sie weitere chronische Medikamente ein, sehen Sie auch Interaktionsmöglichkeiten. Auch hier sollten Sie so einige wichtige Punkte einfach im Hinterkopf haben, die Interaktionen zwischen dem Wirkstoff und der Pille danach haben könnten. Das sind einerseits die Epilepsie-Medikamente, also wenn Sie eine Patientin haben, die an Epilepsie leidet, sollten Sie entsprechend sich einen kleinen Haken setzen, okay, aufpassen, aber auch Themen, die häufiger vielleicht mal bei Ihnen vollkommen HIV-Infektionen, die sind ja generell, aber gerade auch hier besonders genau zu beachten, auch das ist hier ein Hinweis zum Arzt zu schicken. Und entsprechend, die Antibiose haben wir schon besprochen, ist keine direkte Interaktion da zwischen Antibiotika und der Pille danach, aber denken Sie natürlich rückwirkend auf die Möglichkeit hier dann zu denken, dass die Pille, wenn die eingesetzt wurde als Verhütungsmittel, vielleicht an Wirksamkeit verloren hat. Zu Beginn dieses Jahres, wo das Thema besprochen worden ist, war das Thema auch die Abgabe am Minderjährige. Wie gehe ich mit Personen unter 18 um? Und da gibt es zwei für Sie, glaube ich, relativ einfache Standpunkte. Wir haben natürlich einerseits die Person über 18, da sehen wir überhaupt keine Probleme. Die sind volljährig, die können frei entscheiden. Wie sieht es jetzt mit Minderjährigen aus? Vom Wirkstoffseite her, sehen Sie hier, gibt es keine Einschränkung von der Wirksamkeit her. Also diese Präparate wirken natürlich auch bei Frauen im gebärfähigen Alter, als auch bei Minderjährigen. Und so wird es auch entsprechend in den Fachinformationen erwähnt. Wie sieht es aber mit der rechtlichen Seite aus? Ich weiß, man hat immer ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei, gehe ich da richtig mit um und ich habe es vorhin schon mal in einem Gespräch erwähnt. Generell, ich habe schon so ein bisschen ein Problem, allein das Alter herauszubekommen von der Sichtweise. Ich fühle mich zum Teil schon mal peinlich, manchmal nach dem Alter zu fragen, weil ich denke, die ist sicher über 18, ist überhaupt kein Problem. Und ich bin da wieder zum Teil wieder erschreckt. Ja doch, erschreckt kann man schon sagen. Wenn die dann zu mir 14 sagen. Also häufig ist es wirklich so, dass gerade auch schon jüngere Mädchen erwachsen aussehen und deswegen ich mir eigentlich angewohnt habe, in der Zwischenzeit fast immer nach dem Alter zu fragen. Auch wenn es für mich mal peinlich sein sollte. Aber ich verlasse mich generell auf die Aussage des Kindes und verlasse nicht irgendeinen Personalausweis oder so. Ja, und wie gehen wir jetzt um mit Personen zwischen unter 18 erst einmal? Da haben wir eben dieses rechtliche Thema. Als erstes sollten Sie sich davon versichern, dass die Person, mit der Sie reden, das Thema verstanden hat, über was Sie reden. Weiß Sie entsprechend Schwangerschaft, was passiert damit? Gibt es hier vielleicht auch Spannungsfälle mit den Eltern und solchen Themen? Und wenn Sie sich bewusst sind und vielleicht auch für sich dokumentiert haben, ja, dass das Mädchen weiß, um was wir hier reden, kann die Situation richtig einschätzen und ist auf jeden Fall über 14. Für Sie nach Rückfrage festgestellt ist, ist die Empfehlung, die Pille abzugeben. 14 ist deswegen dieses magische Alter, weil unter 14 sind diese Personen nicht geschäftsfähig. Das heißt, auch wenn diese Person mit 13 bei Ihnen dasteht und ein Aspirin verlangt, auch da haben Sie das gleiche Problem wie hier. Diese Frauen oder diese Mädchen sind eben nicht voll geschäftsfähig und damit kann es sein, dass die Patientin mit ihren Eltern dann wiederkommt und sagt, was haben Sie denn da getan? Da ist auf jeden Fall der Hinweis zum Arzt zu gehen, sehr zeitnah zum Arzt zu gehen, ganz wichtig. Der Arzt macht übrigens das gleiche wie wir auch in diese Richtung. Und hier sehen Sie auch noch weitere Punkte zusammengefasst für Sie, wann ich denn zum Arzt schicken soll. Sie sehen klar, ungeschützter Geschlechtsverkehr mehr als 120 Stunden, da haben wir natürlich medikamentös momentan keine weiteren Möglichkeiten zu empfehlen. Die Altersgrenze haben wir gerade besprochen. Die chronischen Krankheiten haben wir auch entsprechend besprochen. Wechselwirkungen haben wir gesehen. Auch dieses Thema ist ganz klar. Sexuell übertragbare Erkrankungen. Das fällt für viele auch so ein bisschen hinten wieder herunter. Sie denken, ich kann schwanger werden, aber wenn ich ungeschützten Geschlechtsverkehr habe, kann ich natürlich auch andere Erkrankungen bekommen. Und das ist nicht nur HIV. Auch daran bitte den Patienten erinnern. Verdacht auf Gewaltanwendungen, also Vergewaltigungen. Auch dieses Thema sollten Sie sensibel behalten, wenn es mal aufteht. Also ich hatte Glück, ich hatte es noch nie, dieses Thema. Wenn nach Rücksprache in der Patientenhistorie Ihnen klar ist, es müsste eigentlich eine Schwangerschaft vorliegen, auch dann wäre es eine Indikation zum Arzt zu schicken. Und entsprechend dann, auch dann, und das empfehle ich in der Zwischenzeit vielen jungen Mädchen, weil ich immer wieder merke, das Thema Kontrazeption allgemein ist für viele noch so ein Thema mit vielen Siegeln. Die haben das Thema noch überhaupt nicht sich mit beschäftigt, mit auseinandergesetzt. Wie gehe ich da in Zukunft mit um? Ist der Hinweis zum Arzt zu gehen und mit ihm darüber zu sprechen ganz, ganz wichtig? Ein paar praktische Tipps noch für Sie. Auch das ist immer wieder ganz heiß diskutiert. Wann kann ich in meinem Zyklus überhaupt schwanger werden? Für Sie zusammengefasst, ich möchte es gar nicht im Detail groß jetzt erwähnen, ist es natürlich eigentlich fast immer. Wir können es nicht vorhersagen groß und dahingehend empfehlen wir, wenn wirklich während des Zyklus etwas schief geht, lieber die Pille danach einzunehmen und das so schnell wie möglich. Die hormonelle Kontrazeption, wenn das etwas schief geht, habe ich Ihnen schon einen Tipp gegeben, einfach schauen Sie nach im Piperkzettel, wie die Pille einzunehmen ist, was ich machen soll, wenn ich das Zeitfenster zum Beispiel zwölf Stunden überschritten habe, wie gehe ich damit um? Und denken Sie auch bitte daran, hier Empfehlungen zu geben, wie gehe ich mit dem normalen Kontrazeptivum weiter um, nach Einnahme der Pille danach. Das heißt, hier ist auch ganz klar die Empfehlung, die Pille weiterhin ganz normal regulär einzunehmen, wie es in der Empfehlung vorher auch war. Also es wird nicht abgebrochen, sondern ganz normal die Pille danach, die Pille im Normalfall ganz normal weiterzunehmen. Aber der Schutz ist nicht gegeben. Das heißt, ich habe jetzt eine Pille vergessen, nehme die Notfallpille und dann nehme ich die normale Pille weiter, brauche ich und ist nach neuesten Untersuchungen jetzt ein Einnahmefenster von 14 Tagen, dann ist der normale Schutz wieder aufgebaut. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig für die Patientinnen, wie man damit umgeht. In der Zwischenzeit diesem Fenster ist ganz klar, weitere Verhütungsmaßnahmen zu empfehlen. Im Normalfall ist es das Kondom. Auch ein kleiner Hinweis, ich habe es schon am Anfang erwähnt, es kann natürlich auch in Ausnahmefällen immer wieder doch zu einer Schwangerschaft kommen. Das heißt, die Patientin sollte schon schauen, ob die reguläre Abbruchblutung kommt. Sie kann sich verschieben, so man sagt, um eine Woche circa. Aber wenn es selbst nach diesem Zeitfenster nicht passiert, dann sollte man entweder zum Frauenarzt oder einen Schwangerschaftstest durchführen. Weil es kann natürlich auch hier zu einer Schwangerschaft kommen kann, in sehr seltenen Fällen. Ich habe Ihnen jetzt schon so viel gesagt und ich habe es selbst gemerkt an dem Tag, wo ich den Dienst hatte mit den zehn Kundinnen über diese Thematik, es ist nicht immer leicht, sich das alles zu merken. Diese ganze Informationsflut, die ich Ihnen jetzt auch so ein bisschen schon nähergebracht habe, auch teilweise mitgegeben habe, immer parat zu haben, wenn es vielleicht auch nur alle paar Wochen bei Ihnen vorkommt. Und deswegen ist es ja auch sehr gut und immer wieder empfohlen worden, sich eine Checkliste einzusetzen. Wir haben als allererstes von der BAK die sehr, sehr lange Ausführung bekommen. Wir haben die im Team bei uns besprochen und jetzt sage ich nicht böse sein, aber bei uns ist sie ein bisschen durchgefallen. Das heißt, für uns ist sie nicht praktikabel gewesen. Zu lange, die Fragestellungen etwas nicht so ideal gewesen und haben dann von verschiedenen Seiten weitere Checklisten uns mal angeschaut. Es gibt ja einerseits Listen von den Frauenärzten, aber auch vom Hersteller der Produkte, HRA, oder auch von anderen Gremien. Sei es von den Verbänden zum Teil oder Apothekenorganisationen. Und wir haben uns versucht, daraus etwas Praktikables herauszubauen und gemeinsam im Team daraus etwas zu bauen. Und das sind so für mich die wichtigsten Punkte, die ich in zwei Gruppen einteile. Sachen, die ich erfragen muss und Sachen, die ich dem Kunden mitgeben möchte. Und das haben wir heute schon ein bisschen auch gemeinsam uns angeschaut. Das Allerwichtigste ist ganz oben die Empathie. Dieses Mitgefühl. Wir haben hier Frauen stehen, die haben ein Problem. Ab und zu haben wir übrigens auch Männer dastehen, die ein Problem haben und gefühlt sagen, ich möchte hier, ich brauche Hilfe, ist etwas schief gegangen. Und das ist wirklich, dieses Empathiezeichen ist ganz, ganz wichtig. Die haben Sorgen und die möchten wir gemeinsam lösen. Und für mich dann entsprechend, diese Punkte, die wir schon besprochen haben, abzuklären. Den Zeitpunkt, das ist ja ein ganz wichtiger, wobei die Praxis zeigt, wir sind im Normalfall fast immer in dem 24-Stunden-Fenster danach. Dann nachfragen, was ist denn eigentlich schief gegangen? Wie verhütest du normal? Was ist denn passiert? Pille vergessen, falsch eingenommen, Kondomprobleme, das sind so die zwei wichtigsten Themen. Fragen hinsichtlich Schwangerschaft, Stillzeit. Auch das ist mir schon passiert. eine Frau stillend, die davon ausgegangen ist, zu sagen, während sie stillt, nicht schwanger werden zu können. Also ich selbst kenne schon im Freundeskreis drei Frauen, wo diese Regel nicht funktioniert hat. Die während der Stillzeit schwanger geworden sind. Das ist immer wieder so ein Gerücht, was sich auch im Internet hält. Also da ist immer ganz wichtig, Aufklärung zu leisten und da entsprechend auch Empfehlungen zu geben. Sie wissen, wir haben wieder zwei Wirkstoffe. Levonorgestrel ist so 8-Stunden-Fenster. Das heißt, die Frau kann Levonorgestrel einnehmen, die stillende Mutter, muss aber für 8 Stunden das Stillen unterbrechen. Bei Uli-Pristallacetat haben wir eine Woche. Also hier ist ganz klar die Empfehlung für solche Gruppen, entsprechend das Levonorgestrel zu empfehlen. Und die vierte Frage, die Sie bei jedem OTC-Abgabe ja auch tätigen, ist die Frage nach Kontraindikationen und Wechselwirkungen. Sprich, welche anderen Medikamente nehmen Sie regelmäßig ein? Welche Grunderkrankungen haben Sie? Und dann denken Sie einfach noch an die Lebererkrankung, Epilepsie-Patienten und so und dann sind Sie da ganz auf der sicheren Seite. Also diese Fragen können Sie eigentlich wirklich sehr, sehr schön simpel abarbeiten. Und dann ist es natürlich wichtig, der Patientin auch Informationen mitzugeben. Das eine ist natürlich, jetzt habe ich schon die sofortige Einnahme, so schnell wie möglich. Ganz, ganz wichtig. Wissen wir, warum das so ist. Weiter zu verhüten, das heißt, im Normalfall für mindestens 14 Tage ein Kondom einzusetzen, wieder in den normalen Rhythmus hineinzukommen. Was eine Nebenwirkung von der Pille nach kann, die Übelkeit sein, Kopfschmerzen und so. Wenn die Übelkeit so stark sein soll, dass man sich innerhalb von drei Stunden erbricht, sollte sie die Pille noch einmal einnehmen. Auch das ist bitte mitzugeben. Dann die folgende Menstruation noch mal kurz an. Wir können die nächste Menstruation verschieben. Bis zu einer Woche. Das bitte auch mitgeben, dass das normal ist. Wenn das nicht eintreten sollte, bitte Schwangerschaftssess oder Gynäkologe. Und wichtig auch noch mal der Hinweis, fehlende Hilfe sexuell übertragbarer weiterer Krankheiten. Auch das ist für jüngere Mädchen nicht immer so ganz bewusst im Kopf, wenn das Kondom geplatzt ist. Ich glaube, mit so einer eingeschränkten, möchte ich es mal nennen, Hilfe für Sie. Kommen Sie sehr, sehr gut zurecht und können eigentlich sehr, sehr gut in der Beratung sicher sein. Und ich habe auch gesagt, und das ist, ich komme ja aus Bayern und da ist es auch im Bereich des Qualitätsmanagements in der Zwischenzeit angekommen, hat man sich dort entschieden zu sagen, ich nehme dieses Thema auf als Beratungsprozess und sorge dafür, und sorge dafür, dass die Apotheke als Team einheitlich berät. Und hier sehen Sie so eine Möglichkeit, wie ich das darstellen kann, das heißt, und das war übrigens für meine Mitarbeiter ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das sehr schnell und früh gemacht haben. Wie ich mit Problemfällen umgehe, wie ich das als Apothekenleitung möchte, wie wir gemeinsam diese Themen angehen. Also wir haben diese Beratung für uns festgestellt, haben das sehr eng an diese Checkliste angelehnt und haben hier das sauber mit den Checklisten ins QMS aufgenommen, haben für uns Grenzen der Selbstmedikation definiert auch nochmal. Also das eine Thema ist ja ganz klar, Bodenkurve haben wir es mal genannt und das kommt übrigens vor, ich habe jetzt vorhin mal geschätzt, 15 bis 20 Prozent werden diese Gespräche gemeinsam oder alleine mit der männlichen Seite geführt. Das ist einerseits positiv zu bewerten, ich glaube auch die Männer kümmern sich um dieses Thema und sehen das als sehr wichtiges Thema an und fällt uns dann immer wieder schwer, wenn der junge Mann dasteht, ich möchte gern für meine Freundin die Pille danach kaufen, auch dahingehend Lösungen anzubieten. Also wir als kleiner Tipp von unserer Seite machen das dann auch, sind auch bereit, dies telefonisch durchzuführen. Also die Patientin anzurufen, mit ihr diese Gespräche durchzuführen und am Ende den Mann sozusagen nur noch als Boten einzusetzen. Auch der zweite Punkt übrigens, Dauergebrauch, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen schon mal vorgekommen ist, also das war wirklich, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, mit dieser Thematik, aber wir hatten relativ am Anfang auch eine Kundin, da sind die Mitarbeiter auf mich zugekommen, wie gehen wir damit um, die kauft jede Woche einmal diese Packung. Wo dann die Frage einerseits da ist, natürlich, wenn wir es nicht verkaufen, dann geht es in die nächste Apotheke, aber wie kann ich denn hier intervenieren? Und nach einem normalen Gespräch dann auf, würde ich mal sagen, auf einer ganz anderen Ebene, nämlich über den Preis, ist diese Patientin dann auch bereit gewesen, zum Frauenarzt zu gehen und über die Kontrazeption zu sprechen, wie wir vorgerechnet haben, dass vier Packungen x Euro kosten und eine drei Monatspackung y Euro kostet, dann war ihr schon bewusst zu sagen, vielleicht sollt ihr sich mit dem Thema schon mal beschäftigen. Also auch das passiert und Sie sehen auch, man kann auch sehr pragmatisch an diese Sache herangehen. Und das ist auch, dass ich Sie motivieren will, wenn Sie entweder Selbstleitung sind oder im Team dabei sind, schreiben Sie ruhig solche offenen Fragen auf im Team, Sie besprechen, wie gehen wir damit um. Notfalls auch, können Sie sich mit Fragen auch an die MedWIS-Abteilungen der herstellenden Firmen wenden, die helfen Ihnen wirklich sehr, sehr gut mit allen Möglichkeiten, die es da gibt und dokumentieren Sie diese Thematiken in, würde ich mal sagen, außergewöhnlichen Fällen. Also auch für uns haben wir uns entschieden, nicht jede Abgabe zu dokumentieren. Macht überhaupt keinen Sinn, weil im Normalfall für mich gefühlt 80, 90 Prozent ganz normal laufen. Wie, ist zwar etwas, sage ich mal, intensiver in der Beratung, aber sonst nichts Außergewöhnliches und die wenigen Fälle, wo Sie sagen, ich verweigere zum Beispiel die Abgabe aus einem gewissen Grund oder ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass Sie das alles so verstanden hat, dass Sie das damit umgehen kann, dann machen Sie sich eine Dokumentation mit dem Zeitpunkt, Sie können ja auch noch die Auftragsnummer entsprechend mit von der EDV mit auftragen, dass Sie das zuordnen können, personenbezogene Daten würde ich nicht erfassen, haben Sie im Normalfall auch nicht zur Verfügung, nach Namen und sowas würde ich nicht fragen, dann kommen Sie dann eher mit dem Datenschutz in Probleme, aber einfach für sich so, wenn ich sage, Sie sollen in einem Monat was zu diesem Fall sagen können, wie Sie da beraten haben, weil irgendjemand nachfragt, dann würde ich mir entsprechend hier das so dokumentiert haben, dass ich den Zettel zücken kann und sagen hier, das Gespräch ist so und so gelaufen und aus diesem Grund habe ich zum Beispiel die Abgabe verweigert. Und ich sage jetzt auch ganz ehrlich aus meiner Erfahrung, bei mir ist es in der Zeit dieser sechs Monate zu keiner Verweigerung gekommen der Abgabe. Also bei uns ist es ganz regulär gekommen und ich habe vorhin auch ein bisschen provokant gesagt, ich finde unsere Beratung eigentlich gar nicht so schlecht, ich finde die eigentlich sehr, sehr gut. Ich frage auch immer noch provokant, wenn Patienten mit Rezept zu mir kommen, was sie denn so als Empfehlungen und Tipps mitbekommen haben von Arztseite, ich glaube, da brauchen wir uns nicht zurückhalten, da können wir locker mithalten. Nehmen Sie es bitte dankend an, dass wir diese Möglichkeit haben und wir brauchen uns da wirklich keine Sorgen machen. Wir haben hier ein beratungsintensives Produkt und ich habe auch die Erfahrung, das Gefühl bekommen in der Zwischenzeit, alle Frauen und auch Männer sind sehr, sehr dankbar, wenn man sich diese Zeit nimmt, diese Tipps bekommt und dann entsprechend auch Sie für die Zukunft gerüstet sind. Ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich, ich hoffe, ich bin im Zeitplan genau geblieben, für Ihre Aufmerksamkeit, ich bleibe natürlich auch hier in der Nähe, auch da hier drüben bei Ella One Stand, können Sie mich gerne auch, wenn Sie noch Fragen haben, gerne mal auf mich zukommen, wenn etwas nicht ganz klar ist oder wenn Sie noch irgendwelche Problemfehler haben, glaube ich, finden wir heute eine Lösung für Sie und ich wünsche Ihnen natürlich noch viel Spaß hier auf der tollen Expo-Farm heute und in den nächsten Tagen. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.